Lektion 2 Qualität Logistik Wortschatz Kontextsätze Hören Sie! Analyse Analysieren Er analysierte fünf verschiedene Proben. Packaging Verpackung Überseeverpackungen sind anspruchsvoller. Packaging Verpackung Gibt es besondere Anforderungen an die Verpackung? Wireless Drahtlos Ist hier eine drahtlose Verbindung? Security Camera Überwachungskamera Es gibt überall Überwachungskameras. Safety Helmet Schutzhelm Always wear a safety helmet. Tragen Sie immer einen Schutzhelm. Data Daten We need a lot of data. We need a lot of data. Colon Doppelpunkt Put the colon at the end of the sentence. Schreib am Ende des Satzes einen Doppelpunkt. Label Etikett Label Each can Before you put it in the box. Klebe auf jede Dose ein Etikett, bevor du sie in die Schachtel legst. Information Information I need some information. Ich brauche ein paar Informationen. Ink Tinte There is no ink in the cartridge. Es ist keine Tinte in der Patrone. Negotiate Aushandeln We must negotiate better conditions. Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. Cardboard Karton Wrap it in the cardboard. Wickeln Sie es in Karton ein. Container How much can you stuff into the container? Wie viel kann man in den Container reinpacken? Checklist Checklist Have you gone through the checklist? Sind Sie die Checkliste durchgegangen? Inspect Überprüfen We inspect construction work. Wir überprüfen Bauarbeiten. Crate Kiste It is stored in crates. Es wird in Kisten gelagert. Quality technician Qualitätstechniker This is the office of our quality technician. Das ist das Büro unseres Qualitätstechnikers. Slash Schrägstrich Do not write slash Schreiben Sie keinen Schrägstrich. Amount Menge Our average amount is a hundred pieces per hour. Unsere Durchschnittsmenge beträgt hundert Stück pro Stunde. Router 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 Please check if the router is working correctly. Überprüfe bitte, ob der Router richtig funktioniert. On stock Auf Lager Auf Lager How much do we have on stock? Wie viel haben wir auf Lager? Purchasing Einkauf The purchasing department does an excellent job. Die Einkaufsabteilung macht einen hervorragenden Job. Detection Entdeckung Entdeckung Try to detect the leaks. Versuchen Sie, die Lecks zu entdecken. Setting up Einrichtung We must set up the system. Wir müssen das System einrichten. Wrap Verpackung Remove the wrap Entfernen Sie die Verpackung. Disconnect Abschalten Disconnect the machine before you start the maintenance. Schalten Sie die Maschine ab, bevor Sie mit der Wartung beginnen. Debugging Fehlerbeseitigung He does troubleshooting and debugging. Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbeseitigung. Eye protection Augenschutz Always wear eye protection. Tragt immer einen Augenschutz. Protective coating Schutzschicht You need two layers of the protective coating. Sie brauchen zwei Lagen der Schutzschicht. Palette Palette How many palettes can you send in one truck? Wie viele Paletten können Sie in einem LKW verschicken? Boots Stiefel Wearing of gloves and boots is compulsory. Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht. Conditions Bedingungen Bedingungen We must negotiate better conditions. Wir müssen bessere Bedingungen aushandeln. Underscore Unterstreichen It is underscored. Es ist unterstrichen. Shelf Regal Tools are on the shelves. Die Werkzeuge stehen in den Regalen. Rack Regal Regal It is somewhere in the second rack on the left. Es ist irgendwo im zweiten Regal auf der linken Seite. Hyphen Bindestrich Es wird mit einem Bindestrich geschrieben. Software Engineer Software Engineer He tests the code. Software Engineer testet den code. Sophisticated Ausgefeilt Their website is very sophisticated. Ihre Website ist wirklich ausgefeilt. No trespassing Betreten verboten There is a no trespassing sign on the gate. Am Tor steht das Schild Betreten verboten. Exceed Oberhalb von With a temperature exceeding 50 degrees. Bei einer Temperatur oberhalb von 50 Grad. Overload Überladen The truck was overloaded. Der LKW war überladen. Receive shipments Sendungen erhalten We receive shipments every day by 5 p.m. Wir erhalten jeden Tag bis 17 Uhr Sendungen. Stick Kleben Bitte kleb es an das schwarze Brett. Connect Anschließen Schließen Sie das Gerät an, bevor Sie damit arbeiten. Access Zugang Der Zugang wurde verweigert. Sack Sack The powder is stored in sacks. Das Pulver wird in Säcken gelagert. Gloves Handschuhe Wearing of gloves and boots is compulsory. Das Tragen von Handschuhen und Stiefeln ist Pflicht. Control Kontrollieren This device controls the current inflow. Dieses Gerät kontrolliert den Stromzufluss. Warehouse Lager He works in a warehouse. Er arbeitet im Lager. Storage Lagerung What are the storage conditions? Wie sind die Lagerungsbedingungen? Bargain Feilschen How much can we bargain? Wie sehr können wir feilschen? Files Dateien I cannot access the files. Ich kann nicht auf die Dateien zugreifen. GPS GPS Kannst du mir die GPS-Koordinaten geben? Connection Verbindung Is there an Internet connection somewhere? Gibt es irgendwo eine Internetverbindung? Manage the database Die Datenbank verwalten Wer ist für die Verwaltung der Datenbank zuständig? Barrel Fass Why is it in barrels? Warum ist es in Fässern? Slot Steckplatz There are two USB slots on the left. Es gibt zwei USB-Steckplätze auf der linken Seite. Stack Stapeln You must stack the pallets. Sie müssen die Paletten stapeln. Dot Punkt Punkt www.apple.com www.apple.com Keep records Aufzeichnungen führen The records must be kept electronically. Die Aufzeichnungen müssen elektronisch geführt werden. Extinguish Löschen How many fire extinguishers are there? Wie viele Feuerlöcher gibt es? Slip Ausrutschen He slipped and fell Er ist ausgerutscht und gestürzt Fall Stürzen Er rutschte aus und stürzte Warning Warnung It is the last warning Das ist die letzte Warnung Gadgets Geräte There are many gadgets that may make your life easier. Es gibt viele Geräte, die dir das Leben leichter machen können. Das Bedienfeld ist im Kontrollraum. Insert Einstecken Insert ticket with the barcode upwards. Steck das Ticket mit dem Strichcode nach oben ein. Inclusion Einschluss Are there any visible inclusions in the cast? Gibt es sichtbare Einschlüsse im Abguss? Vehicle Fahrzeug How many vehicles are supposed to arrive? Wie viele Fahrzeuge sollen noch kommen? Facilities Einrichtungen Sanitary facilities are insufficient. Die sanitären Einrichtungen sind unzureichend. Bargain Schnäppchen It would be a bargain. Das wäre ein Schnäppchen. Troubleshooting Fehlersuche Er kümmert sich um die Fehlersuche und Fehlerbehebung. Manufacturer Hersteller Sie sind Hersteller von Messgeräten. Transmitter Funkgerät Wir benutzen Funkgeräte, um zu kommunizieren. Sample Probe 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 He examines samples. Er untersucht Proben Pack Verpacken How should we pack it? Wie sollen wir es verpacken? Warranty Garantie 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 How long is the warranty you provide? Wie lange ist die Garantie, die Sie geben? Shipping Transport Talk to the shipping company. Sprich mit der Transportfirma. Shipment Sendung The shipment is coming next week. Die Sendung kommt nächste Woche. Procurement Beschaffung The procurement works perfectly. Die Beschaffung funktioniert perfekt. At At My email is peter at gmail dot com Check Kontrollieren The guard will check your ID. Der Wachmann wird ihren Ausweis kontrollieren. Examine Untersuchen He examines samples. Er untersucht Proben. Crash test Crash test Do you have the crash test results? Haben Sie die crash test Ergebnisse? Report Bericht When did you write the report? Wann hast du den Bericht geschrieben? News Nachricht The good news is that Die gute Nachricht ist, dass Injury Verletzung There have been no injuries recently. In letzter Zeit gab es keine Verletzungen.